Mein Name ist Kirstin Kaul, Enneagramm. Ich bin vor allem dabei, um ganz, ganz viele tolle Leute zu treffen, vielleicht ja auch dich und das Enneagramm weiter in die Welt zu tragen. Der erste Workshop heißt Neun Wege in die Freiheit mit dem Enneagramm und der zweite, da geht es um das Enneagramm als Prozessmodell. Zum einen, dass sie merken, dass es einen Weg daraus gibt, sich von seinen Mustern quasi fernsteuern zu lassen und auch, dass es Wege gibt, aus Krisen rauszukommen, dass sowas machbar ist. Mein persönlicher Weg des Herzens war ein Weg, mein Herz überhaupt erstmal zu finden und mittlerweile habe ich es gefunden und ich weiß, was für ein Riesenherz da ist und was für ein Riesenherz in jedem Menschen deckt, das es zu entdecken gibt und freue mich schon auf ganz viele Menschen, die auf diesem Weg sind.